Die zu veräußernde neue 3-Zimmer-Erdgeschoss-Wohnung befindet sich im Kreis Viersen. Das Objekt verfügt über einen Balkon, zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer, einen Keller sowie einen Garagenparkplatz. Bei einer Wohnfläche von ca. 85 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Erdgeschoss-Wohnung auf 211.800 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017